...knetig sein und ihn... Danke. Hier ist euer Gold. Ich werde nach Dämmerstern zurückkehren. Ihr denkt, ihr könntet Merunis Dargon betrüben? Dann leidet. Ehrlich, Schöpter? Ähm, nein. Nein. Du lässt ihn in Ruhe. Boah. Ich hab mich geiler. Oh nö. So. Komm mal hoch hier. Damit ich da nicht... Kommst du? Oh, wie Penner. Was ist mit Egonomi? So. Ich will die loswerden hier. Okay. Ähm, schnell speichern. Ich will die jetzt ja finden. Wo sind die? Ach du Schande, der ist ja doch tot. Ach Mensch. Na gut. Aber da ist er, da ist er. Da hat ein Schlüssel. Lauf, lof, 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 lof. Kann ich jetzt da rein? Wie? Cool. Gut, dass ich den durchsucht habe. Automatische Speichern ist immer gut. Eure Hände ist gekommen, Sterblicher. Das sagen alle. Du siehst aus wie Baal. So. Du auch noch? Ach ja. Was hast du drinnen? Cool. Das gefällt mir schon mal. Da hat es gut. Was ist hier drinnen? Zaubertränke. Was ist hier drinnen? Die haben echt Ruhen ohne Ende. Da müssen wir mal so eine Ruhe selber bauen. Das wäre natürlich cool. Geil. Ein Barren nach dem anderen. Hat sich gelohnt hier einzubrechen. Das hat sich gelohnt. Schade, dass sie das tot ist. Schade, dass er tot ist. Ähm. Hier liegt der eine. Liegt hier noch der andere irgendwo? Da hat den ja hier ein paar runter gestoßen. Mit so einem Stück Dreck. Da. Schlüssel. Ja, die haben alle beide Schlüssel. Aber ich habe das ja schon. Okay. Dann reise ich jetzt mal zu Dingsterbumster. Wie heißt das denn mal? Dämmerstern. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. 1.14 Uhr. Dann kann ich die Zeiten gleich noch speichern. Ähm. Ich muss dann auch alles mal morgen ausdrucken. Und ich habe noch ein Stückchen Kuchen, den ich essen will. Zumindest ist der mit seinem Museum, der war jetzt ziemlich verrufen mit seinem Museum. Ähm. Das hat sich jetzt erledigt. Ähm. Ja, er ist tot. Er braucht sich zumindest keine Sorgen mehr machen über seinen schlechten Ruf. Ähm. Ähm. Speichern. Ähm. So. 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 So, die in der邊 bringen wird hin und sind das so. 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 so verleicht super manchmal ist das wirklich so eine Sache nein als überstehend ist will ich jetzt nicht hier okay gut schlafen in dem Bett eines Fremden okay dann haben wir ja schon mal einige Sachen hier bekommen mal stehen lasse ich jetzt mal ich gehe jetzt einmal raus weil ich habe ja schon gespeichert wenn jetzt nichts passiert von irgendwelchen dann ist auch alles gut ich habe nach euch gesucht ich soll euch etwas liefern aber nur euch persönlich ja was denn lasst mal sehen ich habe einen Brief und ein Haufen Gold irgendwas von wegen eurer Erbschaft ach und mein Beileid das war es dann wohl ich muss los okay Inventar, Brief, Erbschaft Briefe kann ja nur unter Bücher sein Brief Brief, Brief, Brief So, das ist es schon mal nicht Erbschaft, irgendwas mit Erbschaft so das ist es auch nicht Okay auch nicht abc.de die E boah, wann kommt denn mein Schatz E Erbschaft, Erbschaft hier ist es auch nicht Einladung zum Abendessen nö aber das Rezept soll ich auch probieren Notiz vielleicht Notizen K-L-M-N-O-P Notiz Notiz kann ich eigentlich das nicht folgen gerade Schrifträume vielleicht Nee auch nicht Ich geh mal hier auf Alle das wird aber zu lange dauern hier bei Alle Ich willst auch nicht was dazu hier Nein, tut mir leid Nichts Ich weiß nicht was der für mich hatte Gold ist schon mal ganz gut da sag ich nie nein aber Brief einer Erbschaft gute Frage Ist nicht dabei Ich gucke mal ob ich jetzt eine andere Mission finde ähm ähm Untertitelung des ZDF, 2020